Okay Leute, da wären wir wieder zurück zu einem neuen Video hier und heute befinden wir uns nochmal in einer ganz besonderen Welt natürlich, ne. Ich lasse die auch mal kurz laden, weil die ist es natürlich wert, würde ich sagen. Und, äh, ja, es ist schon, ähm, eine krasse Welt, würde ich mal meinen. Und, äh, ich dachte mir, naja, warum nicht einfach mal, ähm, ja, Street ein bisschen ärgern und die Welt weiterbauen, ja, was er nämlich immer nicht machen will, weil der unter Denkmalschutz steht. Aber mich regt es manchmal auf, weil, ja, dadurch, äh, bringt er die Let's Play, weil er immer demotiviert ist, weil er nicht weiß, was er machen soll. Und, naja, deswegen baue ich die Welt jetzt hier mal um und, äh, mir gefällt zum Beispiel dieses Ding hier nicht, ne. So, weil, warum muss man hier noch einmal hochspringen? Ich will das jetzt einfach mal weg haben hier, ja. Das muss jetzt ja, äh, sofort, mit sofortiger Wirkung alles umgesetzt werden, würde ich sagen, so. Ähm, ja, setzen wir einfach mal nach unten, zack. Und, naja, dann schwebt halt hier eine Treppe, ne, wen juckt's, oder? Nee, warte, mich juckt's, weil so geht das viel besser, ne, da kommt man ja auch noch rein. Genau, und, äh, ja, dann, weiß ich nicht, muss hier so ein Itemframe hin mit dem Vertrag auf jeden Fall, weil der ist am wichtigsten. Den kann ich ja gleich mal unten holen. Und, ja, dann, dann muss ich jetzt hier ganz viel bauen irgendwie, ne. Alles, was halt, ähm, ja, zum Beispiel auch dieses Loch zumachen und so, ne. Weil das ist ja sicherlich auch so ein markantes Merkmal. Und, äh, es muss halt, ja, wie gesagt, viel gebaut werden, damit hier, ähm, ja, die Welt mal ein bisschen vorankommt, ne. Weil, ja, ich meine, nach so langer Zeit muss natürlich immer ein bisschen mehr passieren, als nur, keine Ahnung, immer wieder dasselbe halt, ne. Oder, ja, in letzter Zeit halt auch gar nix, wenn das Let's Play nie kommt, ne. Das ist natürlich auch noch so ein Ding. Ja, und, ähm, wir müssen mal schauen. Ähm, ich meine, so die Grundprinzipien können wir ja lassen, ne. So dieses Lagern so abreißen werde ich natürlich nicht. Aber man kann ja die Welt einfach ein bisschen erweitern, ne. Das ist natürlich klar, dass man einfach so ein paar neue Sachen irgendwie aufbaut und so. Und, ja, dazu baut halt, ohne jetzt die anderen Sachen irgendwie zu zerstören dadurch, ne. Außer jetzt den Weg, weil der, der war einfach schlimm. Ja, ich musste, ich brauchte was, woran ich meine Wut auslassen kann. Und da kam der Weg halt mir in den Sinn, sofort. Naja, so. Gucken wir mal, äh, gibt's ja noch irgendwelche Baublöcke? Ach, guck mal, Prismarinenziegel. Ja, guck mal, daraus könnte ich doch was bauen. Da hab ich doch schon direkt ne kleine Idee. Aber ich würd sagen, dann nehm ich mir nochmal ein bisschen mehr mit. Und, äh, ja, dann mach ich mir mal hier ein paar Slaps. Ach so, geht ja gar nicht. Ähm, und Treppen? Ne, das wird auch nicht gehen. Naja, gut, dann, äh, werd ich das halt einfach so machen. Ach stimmt, hier kommt man ja noch hoch und dann ist man hier drinnen. Ah, okay. Aber hier müssen Bücherregale drumrum, sonst bringt das ja gar nix, ne. Und, ja, die kann ich ja mal holen, ne. Ähm, irgendwo hier müssten doch Bücher sein, soweit ich weiß. Oder sind die oben in dem einen Haupthaus? Ich weiß es gar nicht. Äh, ich glaub die sind oben, soweit ich das weiß. Äh, oder noch in Erinnerung hab. Und dann holen wir die mal da, ne. So, ja, jetzt, äh, wird hier eskaliert in der Welt. So, und ach, hier muss auch noch der Sand weg, ne. Gibt's viel zu tun. Ähm, ach, hier sind nur vier Bücher, hä, Leute. Jetzt dachte ich, hier sind viel mehr. Ja, naja, komm, dann gehen wir jetzt halt in Creative Mode. Ähm, so. Oder nee, ich will ja eigentlich nicht das im Creative Mode machen, ne. Ich will das ja einfach so machen. Und, naja, dann baue ich jetzt hier einfach so, äh, was hin, ne. Äh, okay, das weg, zack. So. Und das kann ja so ein kleiner, so ein kleines Podest werden, so ein kleiner Tempel, ne. Keine Ahnung. Ähm, das wär ja sicherlich ne nette Sache. Und, ähm, ja, mal schauen. Vielleicht gelingt das ja. So. Äh, na, das, das, äh, passt doch schon. Da haben wir jetzt hier so eine kleine Pyramide. Vielleicht kann man hier so mehrere Pyramiden machen, aus Prismarin einfach, ne. Äh, so zur Deko. Muss ja nicht sofort eine Funktion haben. Vielleicht finde ich noch eine dafür. Wer weiß. Und, äh, ja, da haben wir doch schon mal hier was gemacht. Was Neues, würde ich sagen. Und ich würde sagen, es ist natürlich auch Pflicht, dass wir eine Sache, ähm, ja, hier wiederkehren lassen, die es früher mal gab. Ähm, und zwar handelt es sich um, ja, mit Quarz könnte man das machen. Ähm, oder Eisen auch. Aber ich glaube, Eisen ist ein bisschen, naja, ich weiß nicht. Nicht so geeignet. Ähm. Nehmen wir doch mal lieber Quarz und vielleicht Kohleblöcke. Gibt es da hier welche? Ne, nicht so irgendwie. Ich gucke noch mal ins Lager, ob da welche sind. Ich finde das Lager irgendwie ein bisschen zu weit weg, ne. Das müsste mal näher dran sein, an dem Haus. Weil so findet man das irgendwie nie, ne. Wenn man irgendwas sucht. Ja, ist ein bisschen doof. Aber, ähm, ja. Okay, ein netter Ziegel wäre auch eine Möglichkeit für das, was ich vorhabe. Ähm, ja, komm, ich nehme jetzt ein netter Ziegel. Weil da habe ich 60 Stück. Ähm, das würde gehen. Ja, perfekt. Und dann, ja, werdet ihr gleich sehen, was ich machen will. Das wird auf jeden Fall ein großes Comeback. Und, äh, naja. Jedenfalls, was wollte ich noch so ansprechen? Ähm, ich weiß nicht. Das hier ist eine alte Version auch von der Welt. Äh, die neue, die war gar nicht vorhanden. Also, in der Videobeschreibung, da ist irgendwie nur der veraltete Map-Download drin und nicht der neue. Und das ist natürlich ein bisschen nervig. Äh, weil ich wollte eigentlich schon, äh, ja, die neue Map mir holen. Ähm, die aktuelle. Aber, ja, die gibt es halt leider nicht. Und, äh, ja, ist ein bisschen blöd. Es gibt nur die von 2016. Ähm, die habe ich mir zumindest runtergeladen. Aber ich bin davon ausgegangen, dass es die von 2017 ist. Das wäre eben zum Zeitpunkt der Aufnahme der aktuellste. Obwohl, es kann auch sein, dass es immer noch die aktuelle ist, wenn ihr das seht. Weil, ich glaube nicht, dass Street die dieses Jahr updatet. Weil, es kamen ja kaum Folgen, ne. Da lohnt es sich ja eigentlich gar nicht, schon wieder einen Map-Download rauszuhauen. Ich glaube, der letzte Map-Download, ähm, da kam auch erst irgendwie drei Tage gefühlt nach dem davor oder so. Aber wenn es eh der alte Link ist, dann ist es natürlich auch blöd. Ich muss mal gucken, weil kurz davor, wie gesagt, da kam halt auch ein Map-Download, ob der dann stimmt. Ob da der richtige Link in der Beschreibung ist. Ähm, das, äh, wäre natürlich nochmal interessant rauszufinden. Ich glaube mal, das gucke ich mal nach. Aber das kann ich gerade auch nicht wissen. Und, naja, mal schauen. So, auf jeden Fall merkt ihr schon, ne. Ich baue hier das schöne Schachbrettmuster nach, was Street auch mal bauen wollte. Was er dann auch direkt wieder abgerissen hat. Und, ja, ich glaube, das schafft man nicht mit unseren Ressourcen. Ist aber egal. Wenn die alle sind, dann, äh, mache ich einfach mit, äh, dem Creative Mode weiter, ne. Damit wir das auf jeden Fall noch schaffen. Weil es muss ja hier, wir müssen ja mal produktiv sein, ne. Ich meine, äh, weil Street schon die ganze Zeit nichts schafft, ähm, muss ich ja hier ein bisschen nachlegen, ne. Damit das einfach mal hier auch, ja, wieder eine andere Form annimmt, dieses ganze Projekt, ne. Und sich mal wieder mehr lohnt oder so. Ja, weil vorher, finde ich, ja, immer nur diese Rumlauffolgen. Es ist zwar vielleicht manchmal cool, ne, so als Storytime, aber nicht immer. Und, äh, ja, seine Welt gar nicht mehr verändern zu wollen, finde ich irgendwie, äh, ein bisschen schlecht. Und deswegen, na, steuere ich dagegen. Konstant. Und, äh, ja, dann mal schauen. Cheats an. Äh, ja, ist ja auch so eine alte Tradition, dieses Let's Plays, dass hier immer gecheatet wird, ne. Ähm, ja, werde ich natürlich dann auch mal machen. So. So, so, und dann da, ne. Genau. Machen wir erst mal hier die weißen. Jetzt hätte ich eigentlich, jetzt könnte ich eigentlich auch die netter Dinger austauschen, aber ich lass es jetzt. Ähm, ist ja jetzt letztendlich auch egal. Und, ach, shit. Ja, ich glaube, ich muss hier hinten noch eine Reihe anfügen, weil sonst wird das ja nix, ne. Scheiße, es sind ja erst fünf. Lol. Das war aber damals nicht so groß, ne. Ich glaube, da hat er doch nur einer Felder gemacht. Ähm. Ja, Moment. Das, äh, werde ich mal schnell fixen, würde ich sagen. So. Oder, ja, soll ich es so unfertig lassen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Weil, ja, ist ja dann doch ein bisschen doof, ne, wenn ich es nicht mal fertig mache. So. Mh. Ja, da müsste ich jetzt hier das abkapseln. Oder hier am besten, ne. Oder hier, so, ja, das würde ich dann abkapseln, so. Perfekt. Vielleicht kann man ja, genau, ich kann das ja verbinden. Ich kann ja noch so einen Teich oder so machen. Um das Schachbrett rumrum, ne. Damit es auch ja nicht wie damals ist. Ja, dann könnte man ja doch sagen, ach, das gab es ja schon mal in der Welt. Das ist zumindest nicht so krass neu. Es sollen ja wirklich ganz neue Sachen hereinkommen, ne. Und, äh, ja, deswegen mache ich dann einfach noch mal ein bisschen Wasser drumrum. Das wäre doch mal eine nicht schlechte Idee, oder? So. Okay. Also kommt ja dann einfach so ein Graben hin. Hier dann vier jeweils. Hier dann auch vier, ne. Genau, da haben wir das doch schon mal ganz gut hinbekommen. Und, äh, aber an den Seiten lasse ich es dann, ne, würde ich sagen. Und, ja, ähm. So, die müssen weg. Ich muss eigentlich gar nicht so viele Blöcke austauschen, oder? Äh. Eigentlich nur diese Schrägen immer, ne. Äh, und die. Warte. Oh Mann. Wird einem natürlich wieder erschwert hier. Huch, äh. Ne, warte mal, das ist jetzt falsch. Ähm. Ne, da muss wieder Weiß hin, genau. Ne, warte mal, hä? Ne, warte, das geht alles nicht auf. Ähm. Ich kann nur eine Farbe lassen. Die andere muss ich wegmachen, komplett. Ja. Aber die. So kann ich das lassen, ne. Genau. Äh. Ja, also alles, was so diagonal ist, das geht in der Regel, ne. Ne, warte mal. Ich hab, glaube, einfach die Falschen entfernt. Die hätte ich auch lassen können. So ein bisschen. So. So, naja, immer halt neben denen. Obwohl ich glaube, die sind auch falsch. Und die auch, oder so. Ich weiß es nicht, ey. Ne. Ein bisschen was an Blöcken hab ich jetzt auch weggemacht. Damit's einfach, äh, fairer ist, ne. Weil sag, warum nicht. So. Ja, manchmal muss man halt fair bleiben, so. Würde ich sagen. Und ja, ähm. Dann bin ich mal gespannt, auf jeden Fall. Ja, mal sehen, wie Street hier mein Video gefällt, ne. Bestimmt richtig gut. Tradition brechen, ne. Ist auf jeden Fall drin, würde ich sagen. Und, äh, naja, dann gucken wir mal. So, jetzt dachte ich, hier ist noch ein Fehler. Aber zum Glück nicht. So, und ja. Ich hab auch mal nur die alte Musik von KSD Beats drin heute. Nicht die neue. Weil ich die eigentlich ganz gut finde. Muss ja nicht immer die neueste Musik sein. Oh, jetzt aber weg hier. Und dann hier schön parallel oder diagonal das alles hinsetzen, ne. So, irgendwo das Wasser hin. Das wird sich schon auffüllen, alles. So. Okay. Dann kann man hier noch so Seerosen hinsetzen, ne. Warum nicht? Zack. Da haben wir ein bisschen Deko noch. Muss ja auch mit dabei sein, würde ich sagen. Ach stimmt, die machen jetzt auch ein Geräusch. So. Perfekt. Ja, da haben wir doch hier richtig was geschafft, würde ich sagen. Ja. Guck dir das an, ey. Und dann machen wir hier noch so einen Trampelfahrt hin. Ach, gibt's gar nicht. Na gut, dann muss ich hier einen Grasblock nehmen, würde ich sagen. So. Machen wir das so. Zack. Und dann mit Pickblock müsste ich das ja hinkriegen, ne. Äh, theoretisch. Zumindest ging das immer. Ja, das geht. Okay. Dann machen wir hier nochmal so ein paar neuere Blöcke hin, ne. Street hat ja die Welt in der 1.8 immer gespielt früher und wollte dann natürlich auch die neuen Blöcke hier nicht verwenden. So, das ist vielleicht so ein misslungener Weg zur Mobfarm, könnte das sein. Oder so ein, nicht misslungen, sondern einfach nicht geschafft zu bauen oder so sieht das aus, ne. Ja, perfekt, ne. Da haben wir ja hier einiges geschafft, würde ich sagen. Wir können ja hier noch, ähm, so ein bisschen, ja, einen Baum pflanzen oder so. Ich hole mir mal einen Setzling. Ähm, vielleicht so einen Dschungelbaum, genau. Ja, weil der schindet nochmal richtig Eindruck und da denkt man, boah, hier ist aber viel passiert, ne. Und zwar so, äh, zack. Und dann hier schön, ja, und da haben wir doch hier mal was richtig krasses, nachhaltiges gemacht oder so, ne. Okay, äh, ja, bisschen Baumier draufklatschen. So. Ach, guck mal, perfekt. Da haben wir doch hier einen schönen Baum. Und, äh, ja, vielleicht noch ein paar Akazien, ne. So. A.K.A. Machen wir auch nochmal hin. Und zwar, äh, da hin. Zack. Passt ja auch hier, ne. Guck mal, und eine Sache muss ich natürlich auch noch brechen. Und zwar hier vorne, dem Setzling, dem gebe ich jetzt hier Knochenmehl. Ja. Da muss man nämlich nur das Gras hier wegtun. Und guck mal, jetzt ist der gewachsen. Scheiße, Alter. Scheiße, größte Tradition gebrochen in der Welt. Ja. Das, äh, ich glaub, das war jetzt hier der absolute Killer, sag ich mal. Ne. So, jetzt mach ich hier Time at, äh, 8000 oder so. Dann mach ich ein schönes Bild hiervon, von dem Schlamassel. Irgendwie regnet's grad. Äh, Weather, ne, Weather, Clear. Genau, dann mach ich nochmal ein schönes Bild hiervon. Ich positionier das schon mal so ein bisschen. Ja. Ja. So ungefähr. Und zum Ende hin mach ich dann auch noch eine andere Tradition, die ich breche, die mir grad noch eingefallen ist. Machen wir natürlich, ne. Keine Sorge. So, äh, ja, irgendwie so, ne. Muss ich dann gucken, wie's passt oder so. Ja, und, äh, dann würd ich sagen. Aber ich glaub, die Tradition lässt sich gar nicht brechen. Weil das ist nämlich wirklich verbuggt hier. Weil hier irgendwelche Blöcke noch sind. Ah, ne. Das ist gar nicht verbuggt. Okay. Aber ich glaub, das kommt wieder. Ah, ne, kommt nicht. Okay, gut, dann. Ja, ist der Lichtback jetzt auch behoben? Perfekt, ne? Also, ja. Da haben wir doch ja mal alles zerstört. Die komplette Welt. Ja. Jetzt ist sie komplett kaputt. Schlimmer als damals, wo die Chunkfehler hier waren und die Welt nicht mehr weitergeladen hat. Weißt du, das hier toppt ja wirklich alles jetzt. Und, naja. Dann an der Stelle würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Und, ja, schaut bei Streetmaster vorbei. Vielleicht hat er den Link jetzt ausgetauscht. Und ihr könnt dann noch die neuere Welt nehmen. Wo man dann hier unten nämlich noch, ähm, so einen Endraum und so hat. Aber so viel hat sich tatsächlich ja nie getan. Weil er ja hier nie baut, ne. Na gut, hier den Endraum. Der wäre dann, ich glaub, hier irgendwo oder so. Ja. Und hier die Brotfarm. Die ja dann später wieder funktioniert hat hier. Aber, glaube, noch nicht. Ja. Ist auf jeden Fall schon heftig. Gut, dann jetzt aber tschüss.